Musik Hintern hoch, heute mit Burpees. Das tolle an Burpees ist, ja du trainierst mit einer Übung den kompletten Körper. Also zugegeben, Burpees sind schon eine sehr schwere, anspruchsvolle Übung. Aber wenn ihr noch nie ein Burpee gemacht habt, probiert ihn unbedingt aus. Ich zeige euch jetzt. Und zwar, ganz einfach fangt ihr an, ungefähr schulterbreit die Beine aufstellen. Dann gehst du zurück in einen Kniebeuge, setzt die Hände auf, springst ins Brett, versuchst den Bauch fest angespannt zu halten, machst einen Liegestütz, springst ran und dann drückst du dich nach oben ab. Wenn dir das noch zu schwer ist für den Anfang, was vollkommen okay ist, dann ein bisschen leichter in die Kniebeuge, ins Brett, von hier aus die Hände anspringen und ein Sprung hoch. Ja, probiert es aus. Die einen schätzen sie, die anderen fürchten sie. Burpees trainieren auf sehr intensive Weise den gesamten Körper. Wenn du das Ganze jetzt ein paar Mal langsam gemacht hast und dich langsam sicherer fühlst, dann mach das Ganze schneller mit mir. Und go! Caro, wie viel Kalorien haben wir heute verbrannt? Genug! 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 Vielen Dank.